Und jetzt zu den Besserleben Beauty News von Jana Bayer. Erst eine eigene Kollektion für Übergrößen rausgebracht hat. Glückwunsch. Mit diesem Doodle-Bra-Set kann Frau sich künstlerisch jetzt so richtig austoben. Der weiße BH kann mit den mitgelieferten Stoffmalstiften und verschiedenen Schablonen nach Herzenslust bemalt werden. Leider nicht im Set für 7 Euro enthalten. Das nötige Gestaltungstalent. Aber zum Glück können die Farben einfach wieder abgewaschen werden. Pfennig Absätze bis zum...